2016 war ich in elf europäischen Ländern unterwegs. Mal alleine, mal mit anderen Sturmjägern. Einige Touren, die nicht die erwarteten Unwetter brachten, sind jedes Mal hart zu verdauen. Doch wenn alles perfekt läuft, man vor einer mächtigen Gewitterzelle steht, ist sie wieder da. Diese Faszination, die einen durchdringt. Du spürst den Wind. Du hörst den Donner. Du siehst den Sturm vor dir. Die Wolkenformationen, die Blitze, diese Stimmung. Sieht undvestigte Flakes. Sieht! Das war's für heute. 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 Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video begeistern. Dies war das letzte Video auf meinem Wetter-Action-Kanal. Neue Videos von 2017 gibt es auf meinem neuen Kanal der Tobi. Dieser ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einen schönen Tag. 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 Und jetzt wieder.